Moipyrus! Wieder ein neues Video für euch, somit auch das letzte Leidergottes. Dann, so wie wir alle mitbekommen haben, sieht das mit dem Zünden an Silvester alles nicht so gut aus. Und da wir es nicht provozieren wollen, jetzt noch, dass wir wirklich ein striktes Böllerverbot bekommen, werden wir jetzt auch, das ist das letzte Video jetzt von uns erstmal diesen Monat, und hoffen dann, dass wir Silvester zünden können, dass wir da noch mal ordentlich Videos am Start kriegen. Aber wie gesagt, das ist jetzt das letzte Video erstmal von uns dann. Und das sind die Star Runner. Drei römische Lichter mit blauem Crackling, steht hier drauf. Ich kenne sie selber noch nicht. Die sind von dem Hersteller Pyroart. Kann man hier oben sehen, kann man das erkennen? Ja. Ja, drei Stück enthalten und die haben jeweils 15 Schuss. Ja, ich würde sagen, wir stecken ja mal rein. Jetzt zünden wir auch alle zusammen, wenn wir das hinkriegen. Und gucken, dass wir mal ein schönes Bild am Himmel kriegen. 45 Schuss insgesamt, mit blauem Crackling. Also ein paar Dinge, die schießen etwas schwer. Ja, das ist schon nett. Ja, das waren die Star Runner von Pyroart. Hätten ein bisschen schneller irgendwie schießen können, so dass da ein bisschen mehr Effekt am Himmel ist. Aber gut, wahnsinnig trotzdem nicht so schlecht. Ja, Pyros, was soll ich sagen. Wir versuchen natürlich irgendwelche Videos für euch am Start zu kriegen. Vielleicht auch von unseren Raritäten oder sowas, dass wir mal ein bisschen in die Kiste stöbern. Na ja, aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall an euch. Keine Bestellung, äh, stornieren oder irgendwas. Versucht alle euch ein bisschen zusammenzureißen, keine großartigen Böller zu zünden und das irgendwie zu provozieren, dass wir ein striktes Böllerverbot bekommen. Versucht euch irgendwie ein bisschen dran zu halten. Ich weiß, es ist schwierig in unserer momentanen Lage. Aber das kriegen wir schon irgendwie alles auf die Kette. Und somit verabschieben wir uns von diesem Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.